Willkommen in meinem Fan-Style-Channel BunnySport. Sind da jetzt die Leicester City Fans? Wenn ja, dann seid ihr bei mir richtig, hier bei Bunny. Ich habe nämlich einen Fan-Style-Channel und das sagt ja schon alles. Ich kreiere Fan-Make-Ups. Jetzt für Leicester City, auch genannt The Foxes. Das muss ich euch aber nicht sagen, das wisst ihr am besten. Und alles das habe ich jetzt so in meinem Make-Up eingebaut. Also die Farben vom Verein, so kleine Akzente wie jetzt an der Hose, dieser goldene Streifen, den habe ich so in dem Haar so ein bisschen irgendwie als Gold mit eingearbeitet. Der Fuchs ist auch wieder zu sehen. Alles das, was das Herz für Leicester City Football Club begehrt. Und wie ich das gemacht habe, das zeige ich dir jetzt. Eine Seite, die habe ich schon mal vorgeschminkt. Und benutzt habe ich dafür Lidschatten blau, weiß. Erstmal schön weiß unter die Augenbrauen. Und dann blau und das mit dem weichen Pinsel auftragen. Jetzt den hellen. Ah ja, das ist so schön glitzerig. Einmal schauen. So, jetzt komme ich mal zu den Steinen direkt. Ich pflücke mir mal zwei blaue ab von meiner Steinpalette. Und einen hellen Hautkleber. Und der kommt dann hier so mit rauf. Ich mache mir mal gerne so ein Häufchen. Und in dieses Häufchen tupfe ich dann den Stein und setze ihn einfach an. Tadaa! Wow! That's our last city eyes. Jetzt nochmal die Wimper an. Jetzt mit der Faschings-Tosche die Fahne. Ich male die Fahne erstmal mit einem Kajal vor. Und dann male ich die aus. Um mit dieser Faschings-Tosche zu malen. Ein Becher mit Wasser und Pinsel da drin. Und mit diesen Pinseln und Wasser kann ich dann die Farbe weich machen. Und dann in der Mitte weiß, oben blau und unten auch blau. Yes, 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 yes. Und jetzt auf dieser Seite so Kampfstriche. Die Lippen mache ich jetzt einfach nur in so einem leichten, zarten Rosé. Bisschen Nude-Look drüber. Tja, und ganz, ganz zum Schluss natürlich nicht den Fahnenmast vergessen. Den male ich in einen hellen Blauton. Die Nägel habe ich in einen dunkelblau und Gold lackiert. So, die Haare. Die Haare kommen jetzt unter ein Netz, ein Perücken-Netz. Und da mache ich das goldene Band rein, so in den Zoppgummi. Okay, so dann. Das hängt da jetzt drin. Und damit mache ich jetzt den Zoppgummi. Und dann haben wir hier das goldene Band, ne? Das mache ich jetzt so, wickele ich das ums Haar. Überall so ein bisschen rausziehen. Und damit das nicht so leicht wegrutscht, das Ganze, nochmal so befestigen zwischendrin mit Haarnadeln. Aber so von der anderen Seite. Und dann die Käppi. Juhu! Eine Weste drüber. Das finde ich einfach ganz cool. Outfit-technisch einfach was kombinieren, was ihr so habt. Alles in weiß-blau. Und ich hätte auch nochmal einen weißen Schal. Cool, oder? Juhu! Das Spiel kann beginnen. Lester City-Fans, seid ihr bereit? Hat ihr mitgeschminkt? Dann los zur Arena. Wenn euch mein Tutorial gefallen hat, liken, teilen und schreibt mir gerne in den Kommentaren. Vielleicht habt ihr ja Fragen. Vielleicht fandet ihr irgendwas richtig cool. Dann schreibt es gerne rein. Ich würde mich richtig freuen. Naja, und dann habe ich auch noch drei andere Kanäle. Bunny Music, Bunny Kids und Bunny Tutorial. Und was ich da so treibe, da müsstet ihr euch unbedingt auch nochmal selbst von überzeugen. Und mal reinschauen. So, also, ich sage jetzt Bye-Bye und drückt die Daumen, wenn euer Lester City Football Club spielt. Bye-Bye! Bye!! Bye! Bis zum nächsten Mal.